genug zeit zurück jetzt ist er rausgegangen ach egal logisch das macht man so er tut sich erst mal extra für uns umequipen und dann geht er doch auf ja alter erst mal umequipen er ist ja doch drin er steht drin das ist ein anderer asiatentyp gewesen der reingekommen ist äh ist jetzt viel einfacher die mission oder ja die ist einfacher auf jeden fall ich muss nun bitte freie Sichtfeld haben ich habe ja hoffentlich einen ranger defensor da die ist ein bisschen kleiner für mich ja ich mache ein bisschen Sichtfeld frei ja weil ich brauche freie Sicht auf die Turm und Lösch ja ich mache ein bisschen die Häuser weg irgendwie geht das Haus nicht kaputt ah ja 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 die die Uff. Junge, der Dash wird einfach rein. So, was ist denn jetzt hier mit den Dingern? Die müssen doch bald mal runterkommen. Ich mag den Ranger, weil er diese Pound-Gun hat, wo man die Spinnen richtig rumschießen kann. Kann ich immer so in die Luft springen und in der Luft denen so einen Shot geben und die fliegen nach Afrika? Ja. Uff. Junge, dass diese Zivilisten komplett offen haben. Die sind die gleichen, die in Europa geflogen haben. Und er hat noch in die Welt geflogen. Ich schaff gar nichts. Schnauze. Los, NPCs, los, schnauze. Schnauze! Können es Monsteren unterhalb? Jawoll, schöne Schneisen reingehauen. In anderen Worten, wir sind durch. Oh, es ist du. Gib mir deine Hand, bitte? Hey, Mann. Glücklich, dass du dich sehen kannst. Ah, da ist jemand, den ich anrufen kann. Bin, kommt zu mir. Ui! Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck. Monsteren! Monsteren! This is Hobos, ready to attack again. Dodge! Not good! I got the gun. New type confirmed! Ready to attack again. Komm, ich sind los schaden, wir kommen irgendwie von mehreren Seiten. Oh, ich bin eine Leichterzeug. Grip, spinn. Huff. Grip, spinn. Huff. Was? Wenn die Zivilisten töten, ist doch alles fair. Was labern die? Oh, das ist yeah. Ist halt ein Fakt. Ne 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 ne. Was machen meine NPCs da? Näh? Geh mal die Rüstung auf, sammeln und die Waffenkisten. Los. Ich, Hilfe. Ich weiß nicht, der Fernseher letztens. Vergegnet sich kaputt zusammen bitte auch. Na egal. Loot. Ne, der stoppt. Hä, woran? Das sind zwei Gegner. Ja. Na ja. Soll ich noch mal eine Bombe reinjagen? Nein, ich will doch aufsammeln. Okay. Okay, ja. Und die letzte Spinne? Ja, letzte Spinne? Ja, okay, ja. Da liegt ein Zeug. Bruh. Und ist jetzt gestorben. Einfach so, weil es schlecht ist. Hast du wirklich solche Fähigkeiten? Egal. Du bist wertvoll für die Aufmerksamkeit. Das ist für Ehre. Nett. Schöne Mission. Der Typ ist einfach noch mese schlecht. Ja, egal. Die Mission kriegen wir so durchgeprügelt. Ja, das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Da kann ich noch Fensterspielen. Das ist einfach zu einfach. Ta CalE. Na ja, ich würde mich nicht mehr aufhören.